Wenn dein Leben in deinem Kopf drin ist, dann hat dein Schnauze, wenn du ein Fahrrad hast, dann fahr doch weg, wenn du das willst. Wenn du nicht mehr leben willst, dann... Aber mach keinen Scheiß, komm, lebe weiter. Weil das andere hat keinen... Hey, wer ist dein Gefreund? Wer ist deine Freundin? Tu deine Hände hoch. Das ist eine Birne. Das ist ein Apfel. Wenn du das zusammentaschtest, ist ein Apfel-Dirne. Und alle zusammen. Apfel- Das ist ein Apfel. 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 Das ist ein Apfel.